Im Leben kommt es leider immer wieder vor, dass wir den Antrieb verlieren. Wir fühlen uns dann unmotiviert, antriebslos und alles fühlt sich einfach so schwer und anstrengend an. Wie du schnell aus so einem Motivationstief herauskommst und wieder mit viel mehr Leichtigkeit vorankommst, das zeige ich dir in diesem Video. Um möglichst schnell aus einem Motivationsloch herauszukommen, musst du erst mal verstehen, warum wir überhaupt in so einem Motivationstief landen. Und das Ganze folgt in der Regel folgenden Muster. Man fängt an mit einem neuen Vorhaben oder mit einer Gewohnheit und am Anfang ist man extrem motiviert. Aber diese Motivation sinkt immer mehr und mehr und man findet sich immer wieder in Phasen der Antriebslosigkeit wieder. Und plötzlich wird alles einfach immer anstrengender, schwerer, es macht immer weniger Spaß, die Frustration wird immer höher und irgendwann kann man sich kaum noch dazu überwinden. Man muss sich permanent dazu zwingen und es kommen so Gedanken wie ich habe überhaupt keinen Bock mehr, wozu mache ich das Ganze und diese Angst am falschen Weg zu sein oder auch einfach seine Zeit bzw. sein Leben zu verschwenden. Man macht dann häufig nur noch das Nötigste, schiebt wichtige Dinge vor sich her oder zieht sie nicht durch. Man hört dann vielleicht auf Sport zu machen oder achtet nicht mehr auf die Ernährung. Man fällt zurück in alte Muster. Es wird immer schwerer, morgens aus dem Bett zu kommen und es wird einfach immer mehr zum Kampf. Und dadurch werden natürlich auch die Ergebnisse immer schlechter, was wiederum dafür sorgt, dass die Motivation noch mehr sinkt. Also das, was da passiert ist, dass wir im Prinzip am Anfang hohe Motivationen haben, aber dann immer mehr Dinge sich ansammeln, die unbemerkt sozusagen diese Motivation zerstören oder sabotieren und dass man dadurch immer mehr in diese Abwärtsspirale reinkommt, wo die Ergebnisse schlechter werden, die Motivation dadurch noch mehr sinkt, die Widerstände immer größer werden. Und das zieht einen sozusagen in dieses Motivationsloch, wo man dann im Endeffekt vollkommen antriebslos ist und alles nur noch dieser permanente Kampf ist. Und das Problem an der Stelle ist, dass die meisten dann versuchen, auf eine sehr dysfunktionale Art und Weise aus diesem Motivationsloch wieder rauszukommen. Nämlich entweder sie versuchen das Ganze mit Willenskraft und Disziplin, sich da sozusagen durchzukämpfen, durchzubeißen und Druck auf sich selber aufzubauen. Und das sorgt dafür, dass es einfach nur noch härter und anstrengender wird und die Motivation dann natürlich noch weiter sinkt. Und die zweite Art und Weise ist dann häufig, dass sich Leute irgendwie Motivationsvideos anschauen oder große Ziele sich aufschreiben oder versuchen, sich irgendwie die Ziele zu visualisieren. Das heißt, sie versuchen sich irgendwie Motivation von außen sozusagen zu holen. Und da ist das Problem, dass man dann häufig feststellen kann, so das funktioniert kurz gut, das ist wie so ein kurzes High, aber die Wirkung lässt dann immer mehr nach und dann ist man immer mehr nur noch in diesem Konsumationsmodus, wo man sich ständig irgendwelche Videos ansieht und landet auch immer mehr in dieser Analyseparalyse, also wo der Kopf schon komplett voll und vernebelt ist und die Gedanken nur noch von der einen Frage zur anderen springen, wo soll ich anfangen, mache ich das gerade richtig, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg und dergleichen. Und das lähmt einem dann auch noch mehr. Aber die eigentliche Ursache sind ja eben diese Dinge, die unbemerkt einfach die Motivation zerstören. Andererseits Denkweisen, die einen innerlich blockieren und vor allem auch die fehlenden Ergebnisse, die dafür sorgen, dass Frustration entsteht und dass die Motivation immer mehr verschwindet. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch genau diesen Bereichen widmen, um wieder aus dem Motivationsloch rauszukommen, um wieder Antrieb zu bekommen, um wieder schneller voranzukommen. Und das mache ich mit der 3M-Methode. Der erste wichtige Schritt, das erste M, ist wieder Momentum aufzubauen. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn mit dem Auto und gehst vom Gas runter. Dann wirst du noch eine Zeit lang weiterrollen. Und das ist im Prinzip Momentum, also Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, was mal in Bewegung ist, bleibt in der Regel auch in Bewegung. Aber umgekehrt ist es genauso, wenn du mal quasi in Stillstand gerätst, dann ist es sehr anstrengend, wieder in Bewegung zu kommen. Das heißt, die meiste Energie wird sozusagen fürs Starten, fürs Anfangen gebraucht. Und dementsprechend ist es wichtig, einfach laufend wieder diese Bewegungsgeschwindigkeit, dieses Momentum aufzubauen. Das Problem in der Praxis ist hierbei aber oft, dass eben der größte Widerstand am Anfang ist. Aber wenn wir dann sozusagen zurückfallen und der Berg an Aufgaben immer größer und einschüchternder wird, dass wir unsere Ansprüche auch immer erhöhen. Das heißt, wir wollen immer mehr, immer schneller machen. Wir wollen dann zwei Stunden am Tag irgendwie Sport machen oder an unseren Zielen oder Projekten arbeiten. Das heißt, die eigenen Ansprüche an uns selber werden dann immer größer, weil wir sozusagen die verlorene Zeit aufholen wollen. Aber ich vergleiche das gern mit dem Gewichtheben. Wenn du jetzt beispielsweise hergehst und sagst, okay, ich will jetzt 200 Kilo vom Boden aufheben, egal wie sehr du dir das vornimmst, wenn du nicht die notwendige Kraft hast, wirst du daran scheitern und wirst dich möglicherweise auch beim Versuch verletzen. Und das ist das, was wir bei unseren Vorhaben, bei unseren Gewohnheiten häufig machen. Wir sagen so, ja, ich will jetzt da einfach sein und ich mache das jetzt so lange, bis es funktioniert und das klappt dann häufig nicht, sondern wir schaden uns dadurch selber. Das heißt, genauso wie beim Gewichtheben solltest du mal hergehen, quasi die leere Stange nehmen, mal schauen, wie viel Gewicht kann ich überhaupt vom Boden sozusagen wegbefördern und dann sukzessive dieses Gewicht mit diesem Gewicht trainieren und das Gewicht sukzessive erhöhen. Und genauso ist es mit deinen Gewohnheiten, mit deinen Vorhaben. Das heißt, fang einfach mal richtig klein an, mit zwei Minuten am Tag teste an, wie viel geht gerade. Wenn es zu viel ist, wenn du merkst, okay, ich mache die Sachen dann nicht, dann schraub diese Ansprüche einfach runter, bis du auf einem Level bist, wo du sagst, okay, ich kriege das gut hin, jeden Tag, ich kann diese Gewohnheit aufbauen und dann wirst du merken, wie automatisch du einfach mehr machen kannst, weil sich sozusagen diese Gewohnheit immer mehr verankert, du auch immer mehr Momentum und Bewegungsgeschwindigkeit aufbaust und Dinge umzusetzen dadurch auch immer leichter wird. Das heißt, sich selbst permanent zu überfordern ist einfach einer der häufigsten Gründe, warum man überhaupt in so einem Motivationstief landet, weil quasi zeitgleich das Momentum immer niedriger wird, aber die eigenen Ansprüche immer größer und die Schere geht dann immer auseinander und irgendwann fühlt man sich schon wie gelähmt, wenn man nur an den Berg von den Aufgaben denkt, die man eigentlich erledigen sollte. Das war der absolute Game Changer für mich auch in meinem Leben. Ich war an einem Punkt, wo ich wirklich am Arsch war. Ich war hochverschuldet, ich habe nichts auf die Reihe bekommen, meine Gewohnheiten waren katastrophal und auch da war ich in dieser Falle permanent gefangen, dass ich mir Pläne gemacht habe, wie ich jetzt mein Leben innerhalb von drei Wochen sozusagen wieder auf die Reihe bekommen und den ganzen Tag irgendwie durchstrukturiert mit Aufgaben und dann habe ich offensichtlich nichts davon gemacht. Und der Game Changer war, wie ich gesagt habe, ich fange jeden Tag an, eine Minute aufzuräumen. Und aus einer Minute wird dann irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, dann kommen neue Gewohnheiten dazu und das hat diesen Stein ins Rollen gebracht. Das heißt, wenn du merkst, ich stecke gerade in einem Motivationsloch drin, alles ist hart und anstrengend, dann fang an mit gewissen Gewohnheiten, die dich eben deinen Zielen näher bringen oder die diese Probleme oder Widerstände auflösen, die du gerade hast und das mit einer Minute oder zwei Minuten am Tag. Und dann lass diese Gewohnheit sozusagen von selbst wachsen, weil das wird sie automatisch und dann wirst du einfach merken, wie du jeden Tag in Bewegung kommst und wie es dadurch dann auch immer leichter und leichter wird voranzukommen. Wie du dir systematisch positive Gewohnheiten aufbaust, die laufend und automatisch dein Leben verbessern und dich eben voranbringen, das zeige ich dir Schritt für Schritt in dem Video, das ich dir hier auf dem i und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und dann ist es nicht nur wichtig, in Bewegung zu kommen, sondern vor allem auch dafür zu sorgen, dass es dir wieder leicht fällt, Dinge durchzuziehen, an neuen Projekten zu arbeiten, Gewohnheiten aufzubauen und dein Leben zu verbessern. Und dafür braucht es eben das zweite M, nämlich Motivationskiller zu eliminieren. Denn es gibt gewisse Dinge, die deine Motivation förmlich zerstören und im Hintergrund sozusagen ständig sabotieren und dir deine Motivation nehmen. Eine extrem wichtige Rolle spielt hierbei das Thema Dopamin. Dopamin ist sozusagen unser Motivationshormon und ohne Dopamin sind wir vollkommen antriebslos und können uns zu nichts überwinden. Und jetzt gibt es gewisse Dinge, die einfach extrem viel Dopamin ausschütten und sozusagen verschwenden. Da gehört beispielsweise dazu unser Smartphone, Social Media, das Unterhaltung im Internet im Allgemeinen, Nachrichten, Junkfood, Zucker, Alkohol, Zigaretten, Konsum, Pornografie und dergleichen. Das sind alles Dinge, die sehr viel Dopamin ausschütten und das sorgt einfach dafür, dass uns dann an anderer Stelle die Motivation fehlt, dass andere Dinge sehr langweilig für uns wirken und die uns nicht mehr antreiben. Das heißt, je mehr von diesen Dingen, die ich vorhin genannt habe, in deinem Leben sind, umso mehr wird das unbemerkt einfach deine Motivation zerstören und dafür sorgen, dass dir andere Dinge häufig gar keinen Spaß mehr machen und du vollkommen antriebslos bist. Das, was dir also enorm helfen wird, um aus so einem Motivationsloch rauszukommen, ist sogenanntes Dopaminfasten. Also systematisch diese Dinge einerseits zu reduzieren oder auch für mehrere Tage sogar mal wegzulassen, um dein System sozusagen wieder zu resetten. Und abgesehen vom Thema Dopamin gibt es noch einige andere Motivationskiller. Die werde ich jetzt nicht alle einzeln in diesem Video aufzählen. Ich habe dafür auch schon ein eigenes Video gemacht. Du findest das ebenfalls auf dem i und in der Videobeschreibung. Die ersten zwei Punkte werden dir schon mal helfen, aus deinem Motivationsloch rauszukommen und in Bewegung zu kommen, um dann dauerhaft wirklich voranzukommen und dir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, ist der dritte Punkt noch extrem wichtig, nämlich das dritte M, Mindset. Das heißt, da geht es darum, Denkweisen oder Überzeugungen oder auch innere Blockaden zu identifizieren, die dich momentan noch zurückhalten oder blockieren oder durch die du dich in irgendeiner Form selbst sabotierst. Weil der Grund, warum gewisse Dinge hart und anstrengend sind, also diese inneren Widerstände kommen in der Regel nicht von außen, sondern von uns selbst. Und das sind eben limitierende Denkweisen. Was kann das sein? Einerseits limitierende Denkweisen über dich selbst. Thema Selbstzweifel. Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht diszipliniert genug oder ich bin nicht intelligent genug oder ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, mir fehlt irgendwas, ich kann nicht verkaufen, nicht mit Geld umgehen, ich kann nicht auf andere Menschen zugehen. Das heißt, all diese Denkweisen, die du über dich selbst hast, die irgendwie was sagen wie, mir fehlt irgendwas oder ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein oder nach meinen eigenen Vorstellungen leben zu können oder ich kann gewisse Dinge nicht. Ja, das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, diese Selbstzweifel zu identifizieren und aufzulösen, weil das wird sich in alle Lebensbereiche auch auswirken und dich da eben zurückhalten und auch immer wieder dafür sorgen, dass es dich in so Motivationstiefs sozusagen reinzieht. Und der zweite Punkt sind limitierende Denkweisen über das Ergebnis innere Konflikte oder Sorgen oder Ängste. Das kann beispielsweise sein, wenn du dir ein Business aufbauen möchtest, limitierende Denkweisen über dein Produkt, negative Denkweisen über Geld oder auch über das Thema Verkaufen oder Mitarbeiter. Das kann sein, wenn du dir Beziehungen aufbauen möchtest, negative Denkweisen über andere Menschen an sich oder über Frauen, über Männer oder wenn du gesünder oder fitter werden möchtest, negative Denkweisen rund um das Thema Sport oder auch Ernährung. Das heißt, da spielt es natürlich eine enorme Rolle, aber auf der Mindset-Ebene spielt auch deine mentale Klarheit eine enorme Rolle. Das heißt, das Thema Analyse, Paralyse. Häufig sind wir so vollgestopft mit Wissen und Informationen, dass unsere Gedanken einfach permanent sich im Kreis drehen und hin und her springen und wir von der einen Frage zur nächsten springen und komplett gelähmt sind und uns fragen, wo soll ich anfangen? Was ist gerade das Wichtigste? Worauf soll ich mich fokussieren? Mache ich das überhaupt richtig? Das heißt, auch Analyse, Paralyse gilt es da dementsprechend aufzulösen. Und wenn du diese Themen beachtest, dann wird es dafür sorgen, dass dein Unterbewusstsein, dein Mindset einfach auf dein persönliches Traumleben, auf deine Ziele ausgerichtet ist und dich automatisch den Dingen näher bringt, anstatt dich zurückzuhalten. Auch bei dem Thema kann man natürlich noch viel mehr ins Detail gehen. Auch da habe ich ein Video dazu gemacht, das du auf dem i findest und in der Videobeschreibung. Und wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, Antrieb aufzubauen, dir nicht mehr selbst im Weg zu stehen, sondern dir Schritt für Schritt ein Leben nach deinen Vorstellungen aufzubauen, dann klicke einfach hier auf die Endcard und dort kannst du dich dann eintragen für eine kostenlose Strategiesession, in der wir gemeinsam mal schauen, wo du dich vielleicht noch zurückhältst, warum du vielleicht unmotiviert und antriebslos bist, was da so innere Widerstände oder Blockaden sind und einen Schritt für Schritt Plan entwickeln, wie du in deinem Leben auf das nächste Level kommst. Klick also einfach jetzt hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession mit mir. Beriberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberuf